Dorothee Schneider ist mit zwei Pferden nach Neumünster gekommen, mit Faustus und mit Sammy Davis Junior, der ja auch Europameister ist. Was unterscheidet die beiden Pferde? Nun ja, Sammy ist einfach schon etwas reifer im Grand Prix Sport angekommen, wie gesagt Europameister dieses Jahr und er hat, glaube ich, sich sehr, sehr gut etabliert im internationalen Grand Prix Sport und Faustus ist ein Grand Prix Nachwuchspferd, war ja im Louis-Door in Frankfurt Zweiter im Louis-Door-Preis und etabliert sich jetzt in meinen Augen sehr, sehr gut in den Grand Prix Aufgaben und ist auf dem Weg ein internationales Grand Prix Pferd zu werden. Das unterscheidet die zwei erst einmal vom Alter, von der Reife und ich glaube, dass sie beide sehr, sehr talentiert sind und beide viel Aura haben, wenn sie ins Vier kommen. Ich bin der Falle geolten, bis zu der Reife und ich bin der Rede Frage, dass sie nicht wie gesagt haben, wenn sie nicht spielen wollen, wenn sie ins Vier kommen auch mal vom Alter, von der Reife und ich mich sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr stolz und auch auf der Reife und ich glaube, dass sie nicht so cliffhören, dass sie auch einen Weich-Sinsatz vorhalten hat, wie gesagt hat, wie gesagt hat, wie gesagt hat, wie gesagt hat, was sie nicht souge shans, obwohl sie nichtстранen, wie gesagt hat, wie gesagt hat, wo sie eine Weich-Sinneige Technische Musik und hat das letzte Mal, aber war er Vielen Dank. 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 Vielen Dank.